Nemless Media veröffentlicht im exklusiven Vertrieb von Ike Media Final Destination Teil 1 bis 5 in verschiedenen Mediabook-Editionen, wie zum Beispiel einem Big Book. Hier liegen Teil 1 bis 5 in einem dicken Mediabook vor, welches eine Spotluck-Veredelung aufweist und auf 2.222 Exemplare limitiert ist. Selbstverständlich erscheinen die Teile 1 bis 5 auch einzeln im Mediabook. Pro Teil gibt es eine Cover-Variante, limitiert ist jeder Teil auf 500 Exemplare. Da alle guten Dinge 3 sind, gibt es zusätzlich noch alle 5 Teile in weiteren einzelnen Mediabooks mit alternativen Cover auf der Vorderseite sowie cleanem Back-Motiv in einer schicken Schuber-Edition. Neben dem Schuber-Design zeigen hier alle Spines der einzelnen Mediabooks nebeneinander aufgestellt ein einheitliches Artwork mit Totenkopf-Motiv auf. Limitiert ist die Schuber-Edition auf 1.111 Exemplare. Und die Schuber-Edition haben wir jetzt hier vor uns liegen. Wie man sehen kann, noch original verpackt in Folie eingeschweißt. Das enden wir jetzt selbstverständlich mal. So, wunderbar. Dann haben wir die Folie weg. Wir sehen hier eine C-Card, die ohne irgendwelche Klebepunkte oder sonstiges angebracht ist. Hier oben nochmal Final Destination Collection. Unten haben wir nochmal die ganzen technischen Daten hier mit drauf von Teil 1, 2, 3 und 4 und 5. Und auf der Rückseite sind die einzelnen Teile nochmal schön bebildert, aufgelistet mit den jeweiligen Inhaltsangaben. Und ganz unten noch die Extras. Einziger Wermutstropfen bei dieser VÖ ist ja natürlich, dass die 3D-Versionen der letzten Teile leider nicht mit an Bord sind. Ob das jetzt Vorgabe war, ob man die nicht bekommen hat, ob man freiwillig darauf verzichtet hat, das weiß ich nicht. Ist natürlich schade für 3D-Filmfans, aber man hat es gemerkt, das hat sehr stark nachgelassen. Vielleicht war es auch einfach Vorgabe hier vom Major-Label und gesagt, nö, wir haben noch ein paar 3D-Scheiben, die wollen wir selber an den Mann bringen oder so. Man weiß es nicht genau. Die sind halt jetzt nicht dabei. Aber ansonsten haben wir hier eben dann diese Edition im Schuber limitiert auf 1111 Exemplare. Das habt ihr dann hier nochmal unten gesehen. Da ist dann dieser Hologramm-Sticker mit dabei. Und am coolsten ist natürlich hier der Spine, der dieses schöne Gesamtbild ergibt. Dann können wir hier die Karte mal wegmachen und uns den Schuber nochmal genauer angucken. Ohne diese C-Card, wir sehen auch so eine Spot-Lackierung hier drauf. Hebt sich schön ab vom matten Hintergrund. Macht bei diesen Scherben, Glasscherben natürlich richtig Sinn. Ja, dann hier an der Seite haben wir nochmal einen Totenkopf, der auch glänzend aussieht, wie ihr sehen könnt. Hier bis runter ins kleinste Detail. Und dann haben wir hier nochmal die Rückseite des Schubers. So, wunderbar. Jetzt haben wir hier die Teile 1 bis 5. Ich schätze mal so einfach. Ja, die gehen wunderbar raus. Oh, ganz einfach. Hier nochmal der Schuber. Hartkarton, keine billige, drückbare Pappe. Also, der hält definitiv was aus. So wollen wir das. Und dann kommen wir zu den einzelnen Mediabooks. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier schon in der Übersicht angucken, sehen wir oben am Blitz, dass hier ebenfalls mit einer Spot-Lack-Veredelung gearbeitet wurde und dieser sich schön abhebt. Hier vom matten Hintergrund spielt ja auch eine große Rolle in dem Film. Speziell im ersten Teil. Ja, schönes Cover. Dann haben wir hier den Spine. Den müssen wir jetzt nicht so großartig vorstellen. Wegen dem Gesamtbild. Das ist in Ordnung. Und auf der Rückseite haben wir ein richtig tolles Motiv. Frei von irgendwelchen Logos oder so. Also, das sieht schon klasse aus. Und wenn ich das jetzt mal so aufmache, ohne das zu überspreizen, haben wir hier dann eben diesen Gesamtlook des Mediabooks. Gut, dann gucken wir uns mal die inneren Werte an. Final Destination hier die Disc. So, das Backmotiv von dieser Edition. Einen schönen Innenprint haben wir hier. Sieht auch super aus. Wieder schön mit eingebunden. Das passt wunderbar. Ich werde das Ganze jetzt bei dieser Präsentation ein bisschen schneller durchgehen. Bei fünf Mediabooks und Booklets. Es ist klar. Wollen wir das Ganze nicht unnötig in die Länge ziehen. Nur mal, damit ihr hier einen Eindruck bekommt, was euch für euer Geld erwartet. Und ob es euch diese VÖ wert ist oder eben nicht. Der kreative Tod haben wir dann hier. Der erste Teil war ja wirklich absolut großartig. Eine tolle Idee hier mit dem Tod. Und wie er sich eben seine Wege sucht. Ja, wir hätten gedacht, dass da fünf Teile insgesamt mal eine komplette Filmreihe bilden. Und es ist mit Sicherheit noch nicht Schluss. Irgendwann kommen sie auf die Idee, mal wieder ein Reboot zu drehen. Tony Todd hier mit einem Gastauftritt. Auch sehr schön gewesen. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass es hier nochmal weitergehen wird oder nicht. Ich glaube, das Franchise ist immer noch so beliebt, würde ich mal sagen, dass es durchaus noch den einen oder anderen ins Kino ziehen würde. Hier sind wir dann beim Erfolg mit Folgen sozusagen, was ich gerade angesprochen habe. Und der Text wird fortgesetzt im Booklet zu Final Destination 2, Text von Nando Rona. Deswegen hier so die Überleitung zum zweiten Teil. Und hier hinten haben wir dann noch die DVD. Und darunter dieses Motiv. Jo, soviel einmal zu Teil Nr. 1. Dann kommen wir zu Teil Nr. 2. Auch hier haben wir wieder so eine Spotlack-Veredelung auf den Blitzen drauf. Wenn wir die so hin und her schwenken, dann leuchten die auch schön auf. Ja, sehr gut gemacht. Und von der Druckqualität auch wieder 1A, wie ihr sehen könnt. Alles super scharf. So wollen wir das. Spine sparen wir uns, haben wir gesagt. Kommen wir zum Back-Motiv. Und auch das ist wieder super clean. Schönes Motiv. So soll das sein. Die technischen Credits auf der C-Card eben. Und dann kann man hier mit Motiven spielen, so wie es sein sollte. Hier haben wir die Disc. Und darunter haben wir folgenden Innenprint. Auch wieder eine zerbrochene Scheibe hier. Kommt ja auch des Öfteren vor in der Filmreihe, eben wie Blitze. Dann geht Final Destination in die zweite Runde. Ja, den Tod kannst du nicht zweimal betrügen. Haben hier wieder ein paar tolle Motive mit eingebunden. Schön aufgeteilt. Design-technisch eher schlicht. Aber wirkt trotzdem irgendwie. Ja, hebt sich vom Rest so ab, wenn man das bei anderen Booklets immer sieht. Hier die Bilder, wie die so mit eingebunden werden. Und der Text drumherum. Muss nicht immer geschlängelt sein, aber die Aufteilung und designtechnisch macht das immer was her. Und dann geht es hier noch um einige Schauspieler, wie wir sehen können. Der einzelnen Teile. Und auch Tony Todd wieder mit am Start gewesen hier. in einer kleinen Nebenrolle. Spielt das Ganze auch immer mit einem Augenzwinkern. Mag ich persönlich gut. Und hier haben wir dann wieder um den Körper drumherum und so. Also die sind schon immer absolut top. Hier die Booklets. Kann man auch nichts sagen. Und dann geht es hier zur letzten Seite. Und hier haben wir den Innenprint von Teil Nummero 2. Dann kommen wir zu Teil Nummero 3. Die Welt steht Kopf sozusagen. Ist immer so toll bei der Reihe, wann immer hier dieses Großerlebnis am Anfang war. Zum einen mit dem LKW, mit den Baumstämmen hinten drauf. Dann wie hier auch wieder mit diesem Jahrmarkt, mit dieser Fahrt, mit der Achterbahnfahrt und so. Und wenn man solche Filme mal gesehen hat, dann betrachtet man die Dinge im realen Leben schon mit etwas anderen Augen. Und haben hier eben diesmal über die Schienen diesen Spotlack mit drauf. Hier die Gesichter vielleicht mal alle noch. Fett am Schreien. Gut, dass keiner sich hier übergeben muss. Auch das ein cooles Motiv. Dann gucken wir mal, was hinten drauf ist. Also auch da wunderbar, schön clean. So wollen wir das. Schlagen wir das mal auf. Haben jetzt hier mal kein Muster oder keine Glasscherbe oder sonstiges. Sondern ein schönes Motiv. Schön aufgeteilt. Mit den zwei Personen rechts und eine links. So muss das sein. Legen wir das Ganze mal rein. Und dann geht es hier eben weiter mit Teil 3. Auch hier wieder sehr schön aufgeteilt. Die Leute, wie sie schreien. Das reale Achterbahnvorbild der Devil's Flight. Gibt es dann hier noch ein paar Hintergründe, auf was das Ganze basiert oder Inspiration gab. Alles begann mit einem Flugzeugabsturz. Jupp. Wie eben aus Final Destination jetzt eine erfolgreiche Filmreihe wurde. Da sind wir schon bei Teil 3. Der Songzuteil Nr. 3 und die Zahl 180. Vom Radsportler zum preisgekrönten Kameramann. Also auch das natürlich eine tolle Karriere hier. Hier dann wieder alles schön aufgeteilt. Das passt. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, welcher euer Teil, euer Lieblingsteil ist von Final Destination. Für die meisten wird es wohl Teil 1 sein. So wie auch bei mir. Ich fand den damals super spannend und super kreativ. Und in den nächsten Teilen hat man sich ja nur noch gefragt, was haben sie sich diesmal einfallen lassen. Und der erste Teil war noch richtig so überraschend und spannend ohne Ende. Text Wolfgang Brunner haben wir hier dann noch. Und da gibt es dann schon ein Vorschaubild zu Teil Nr. 4. Dann haben wir hier hinten noch die DVD. Wir sehen, dass einmal steht sie auf dem Kopf und einmal sind wir hier unten. Das passt. Dann nehmen wir das raus, damit wir uns auch dieses Motiv noch schön angucken können. Auch das gut und passend gewählt. Wunderbar. Dann sind wir hier bei Teil Nr. 4. Das bekannte Motiv und hier auch wieder auf den Glasscherben diese Veredelung. Das sieht richtig cool aus. Hier oben drumherum. Da passt es natürlich sehr, sehr gut. Gucken wir uns die Rückseite an. Auch hier wieder ein tolles Motiv. Und dann kommen wir zu den inneren Werten. Na, komm raus. Manchmal gehen die Dinger richtig schwer raus. Ist natürlich gut, damit sie da nicht so labbrig rumflacken und zerkratzen. Aber manchmal habe ich echt Schiss, dass ich beim Hausnehmenden das schon breche. Aber ja, ist halt so. Dann haben wir hier einen richtig tollen Innenprint, wie ich finde. Der macht mal was her. Also sehr unterschiedlich hier alles vom Gestalterischen her. Mal mit Personen, mal einfach nur Motive, mal einfach nur Glasscherben oder so. Dann hier ein paar Totenköpfe. Also sehr gut. Auch das hier designtechnisch gut gemacht. Sehr schön. Der Höhepunkt des Todes. Teil Nummer 4. Das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Die neue Dimension. Ja, das war dann eben hier auch der erste Teil, meine ich, der dann in 3D erschienen ist. Teil 4 und 5. Falls ihr die Filme in 3D gesehen habt, könnt ihr mir und auch den Rest der Community und Interessenten gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Kann mir durchaus vorstellen, dass da ein paar coole Effekte, Pop-Out-Effekte auch dabei waren. Ähnlich wie bei Resident Evil, da haben ja die Leute auch gesagt, boah, das 3D war echt super. Aber die Filme waren halt morgens, was müsst ihr machen. Keine Konvertierung. Da wird das Thema 3D nochmal mit aufgenommen und besprochen. Und dann haben wir hier noch der Soundtrack des Schreckens. Auch hier wieder absolute Top-Qualität bei den Bildern. Kann sich definitiv sehen lassen. Bekannte Namen. Natürlich gibt es auch in Final Destination 4 ein paar Rollennamen, die auf bekannte Horrorfilmmacher verweisen. Das wird hier nochmal aufgegriffen. Die Kino-Auswertung. Und hier haben wir einen Text von Nando Rono gehabt. Und weiter geht es dann mit Booklet zum bisher letzten Teil der Reihe. Oh, das sieht auch richtig geil aus hier mit dem toten Kopf. So wollen wir das. Das passt. Also von Motiv her und von der Veredelung und allem drum und dran, gefällt mir das hier, auch vom Backmotiv, bisher am besten. Und hier haben wir dann Teil Nr. 5. Cooles Motiv. Gibt es ja da auch ein paar Alternativen, ne? Auch bei der Einzelveröffentlichung unterscheidet sich das, wie man im Intro gesehen hat. Aber ich finde es cool. Ja. Dann haben wir hier das Backmotiv. Ei, 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 ei. Okay. So, und dann schlagen wir das Ganze ja mal auf. Auch hier wieder ein toller Innenprint. Passt super hier. Von der Vorderseite des Booklets rüber hier in den Innenprint. Wunderbar. Auch die Disc natürlich. Passt zum Frontmotiv. Und ich habe alle immer so einen Look drauf. Dadurch wirkt das Ganze ja richtig schön einheitlich. So wie das auch sein muss. Dann sind wir hier beim 5. Teil. Der Tod wird nicht gerne ausgetrickst. Töten oder getötet werden. Der Kreis schließt sich. Ah, und hier auch wieder alles. Schön designt. Hommagen an Größen der Kinogeschichte. Also irgendwie, wenn man sich das Ganze durchblättert und die Bilder sieht, die Überschriften liest, auch noch das eine oder andere Detail hier nochmal entdeckt und wieder ins Gedächtnis gerufen bekommt, dann hat man richtig Bock, die Reihe gleich in den Player zu legen. Und vielleicht wäre das ja was für den Horror Oktober. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch die Reihe hier wünscht von mir, dass ich mir die nochmal angucke und sie dann mit euch zusammen bespreche. Die Schauspieler von Final Destination 5 werden hier dann nochmal besprochen. Und dann gibt es nochmal Wissenswertes, während wir hier nochmal diese krasse Verrenkung sehen, die wir schon auf dem Beckmotiv begutachten konnten. So, und dann sind wir am Ende unserer Reise. Hier nochmal das Motiv hinten. Wunderbar, also absolut wunderbar. Sehr abwechslungsreich gestaltet. Echt top. Dann machen wir die Spines wieder richtig zusammen, dass sie dieses schöne Motiv ergeben. Kommen hier mit dem Schuber her. Und das geht auch ganz leicht rein und raus. Also normalerweise hat man da immer ein bisschen Angst, dass man sich die Ecken eindrückt oder so. Aber ihr habt es gesehen, das geht easy, busy. Also meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch hier einen guten Eindruck gewähren, was euch denn erwartet bei der Final Destination 1 bis 5 Schuber-Edition von Nameless Media im Vertrieb von Ike Media. Ja, eine richtig schicke Edition. Und falls ihr hier dran Interesse habt, guckt in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch das Ganze selbstverständlich. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus. Dankeschön. Vielen Dank.